Deutsch lernen durch Hören Entscheidend ist nur, dass es ein gutes Ende gibt. Ich erkläre das einmal an einem kurzen Beispiel. Heute ist ein wichtiger Tag. Das große 24-Stunden-Rennen beginnt. Thomas hat sehr lange geübt, damit er heute einen guten Platz holen kann. Dann geht es los. Thomas kann mehrere andere Autos überholen und ist schon auf Platz 2. Doch plötzlich passiert es. Ein Reifen platzt und Thomas fährt mit seinem Auto gegen eine Wand. Sofort wird Thomas ins Krankenhaus gefahren. Doch er hatte Glück. Er hat sich nicht schwer verletzt. Seine Freundin Paula besucht ihn im Krankenhaus. Bist du verletzt? fragt sie besorgt. Thomas schüttelt den Kopf. Gott sei Dank. Der Unfall ist ärgerlich, aber deine Gesundheit ist viel wichtiger. Ende gut. Alles gut. Deutsch lernen durch Hören Deutsch lernen durch Hören Lachen 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 Untertitelung des ZDF, 2020